Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mystica. Heute geht es um ein Thema, das uns alle irgendwann mal betrifft, nämlich Gesundheit, Krankheit, Heilung. Was heißt heil werden? Was heißt gesund sein? Und dazu spreche ich natürlich auch heute mit einem Experten, nämlich Tom Rieddorf. Hallo. Hallo Thomas, grüß dich. Ja, Tom, du hast ein Zentrum in Rattenkirchen und du bildest auch aus zum ganzheitlichen Heiler. Was heißt denn das jetzt, ein ganzheitlicher Heiler zu sein? Ja, ganzheitlicher Heiler heißt vor allem aus heilerischer Sicht, dass wir den Körper nicht vernachlässigen, was ja bei sehr, sehr vielen Heiltechniken der Fall ist, dass so die Seele geheilt wird, das Geistige geheilt wird, aber der Körper eben nicht. Also ein bisschen energetisch, Hände auflegen, kann auch durchaus eine Wirkung haben natürlich. Genau, ja. Und wir wirklich sagen, und ich denke, wir sind die einzigen im deutschsprachigen Raum, die es zur Pflicht haben, Anatomie in der Ausbildung mit dabei zu haben. Für uns ist sehr, sehr wichtig, mit der Medizin auch zu arbeiten und nicht gegen die Medizin. Wir sagen auch nicht, die Medizin ist schlecht oder macht irgendwas nicht so gut, wie es wir machen. Die Medizin ist notwendig und unser Wunsch ist, dieses Miteinander, Heilen und Medizin, bis in England ja schon seit 25 Jahren mit dazugehört. Gibt es da schon Ärzte, die da mit euch kooperieren? Ja, also ich arbeite mit unterschiedlichen Ärzten zusammen in allen Fachrichtungen, von Arzt für Allgemeinmedizin bis zum Zahnarzt. Hier in München übrigens eine ganz tolle Zahnärztin, mit der ich sehr, sehr eng auch zusammenarbeite. Und würde mir wünschen, mit Krankenhäusern zu arbeiten. Dürfte immer mal wieder in Krankenhäusern arbeiten, auch in der Onkologie, aber immer versteckt. Ja, also immer so, ja, das ist interessant, weil ich eh den Klienten begleitet habe und dann auch hier in die Abteilung nochmal mit rein. Und bekomme da schon von höchster Stelle, also es sind wirklich die Chefärzte oder die stellvertretenden Chefärzte, die dann sehr, sehr offen sind und auch mit uns sprechen, aber nach außen hin, nichts nach außen hin geben können. Schon interessant. Ich habe neulich ein Interview gemacht mit Horst Krone, was einer der bekanntesten Geistheiler ist. Und er sagt auch, er kennt unglaublich viele Ärzte, die sozusagen ein bisschen versteckt durchaus mit Heilern zusammenarbeiten oder sogar selbst diese Methoden anwenden. Ja, es heißt ja, es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Wann ist denn der Mensch gesund? Bin ich gesund, wenn ich mal nicht mehr erkältet bin? Oder? Gesund ist der Mensch vor allen Dingen, wenn er in sich gesund ist. Und ich denke mal, das ist auch schon die Schwierigkeit des ganzen Themas gesund sein, dass die wenigsten überhaupt wissen, was ist in mir und wo ist die Ruhe in mir, also wo ist die Harmonie in mir. Und wenn wir die gefunden haben, dann sind wir auch im Außen gesund. Und es gilt wirklich bei der Gesundheit der Spruch, wie innen so außen. Also Ruhe ist ja nicht gemeint mit Apathie, sondern eine Bewusstheit, bewusste Ruhe. Ja, Bewusstheit. In mir ein ruhender Pol, der wirklich auch im Jetzt ist, der auch mit sich selbst im Reinen ist. Und da haben wir aus meiner Sicht die meisten Schwierigkeiten, weil ich würde mal sagen, mehr als 90 Prozent der Klienten, die zu mir kommen, mit sich selbst in irgendeiner Form im Zaudern sind oder zumindest von Seiten des Elternhauses, des Umfelds so geprägt sind, dass der Selbstwert auf der einen oder anderen Ecke ein bisschen wackelig ist. Ja gut, jetzt hat natürlich trotzdem jeder Mensch auch manchmal schwere Themen, Lebensthemen, Probleme, alte Geschichten. Die sind ja auch nicht von heute auf morgen zu lösen. Sicherlich sind sie von heute auf morgen nicht zu lösen. Die Frage ist, warum hat er sie? Die hat er ja, um zu wachsen, um was zu erkennen. Sonst würde er sie nicht bekommen. Und ich für mich mache wirklich die Erfahrung bei den Menschen, die sehr bewusst in ihrem Leben leben und auch die Verantwortung für ihr Leben übernommen haben und ihre Schritte im Leben ganz bewusst lenken in Achtsamkeit für sich selbst und auch für ihre Umwelt, dass die so starken Resonanzwellen gar nicht mehr ausgesetzt sind. Die großen Knüppel zwischen die Beine kommen da gar nicht mehr. Das sind das kleine Geschichten. Und die kommen sehr schnell und die Leute wissen auch, warum das sie kommen. Gut, aber trotzdem gibt es natürlich vereinzelt Menschen, die sind sehr krank, ruhen aber trotzdem in sich haben sich nicht, ich würde jetzt nicht sagen damit abgefunden, aber es ist sozusagen, sie haben da einen Weg gefunden. Machen die irgendwas falsch? Weil ich meine, es ist ja sicher nicht immer der Fall, dass es geistige Ursachen gibt, weswegen der Körper krank ist. Oder schon? Wie würdest du das sagen? Also ich sage wirklich, es ist immer die Seele mit daran beteiligt, bei jedem Unfall, bei jeder Krankheit. Ohne Seele würde es das alles gar nicht geben oder ohne, dass die Seele sich Ausdruck verschaffen möchte, gibt es auch keine bakterielle oder virale Krankheit. Alles, was geschieht, ist immer auf Wunsch der Seele sich auszudrücken. Das heißt, es geht immer erstmal auch um die Gesundheit der Seele, deiner Meinung nach. Ja, weil die Seele ist ja eigentlich, ich bezeichne unseren Körper immer als Haus mit einem Untermieter unter dem Dach, das wäre unser Kopf, und den Eigentümer unserer Seele. Oder im Idealfall der Tempel der Seele wird ja auch manchmal gesagt, in spirituell. Genau, das wäre der Eigentümer. Und der Untermieter weiß oftmals gar nicht, dass er der Untermieter ist, ja, und spielt sich gut auf Vermieter auf. Und der Eigentümer zeigt halt dann, hallo, ich bin's, der hier lebt und hier Erfahrungen machen will auf der Erde und bringt den Menschen dann schon dahin, diese Erfahrungen auch zu machen, dann halt durch Krankheit. Würdest du sagen, du bist deswegen vielleicht auch eher so ein Seelenbegleiter? Also ich frage mal so bewusst, indem man jemand kommt, der will einfach nur ein Tablettchen, weil irgendwas wehtut und will sonst gar nichts wissen. Versuchst du den dann schon ein bisschen zu animieren, auch nach innen zu schauen, damit sowas nicht mehr vorkommt? Ja, auf jeden Fall. Oder kommen so Leute gar nicht zu dir? Es kommen auch immer wieder Leute natürlich zum Heiler, die gern schnelle Hilfe haben möchten, ja. Gib mir ein Patentrezept, dann gehe ich wieder und Heilung ist gut. Das kommt aber wirklich höchst selten vor. Wir haben das Glück und da sind wir der Medizin weit voraus, dass wir oft die letzte Anlaufstelle sind. Der Klient hat schon alles andere versucht. Der war schon bei Fachärzten, der war schon in der Klinik, der war auch schon beim Heilpraktiker und dann kommt seine letzte Instanz, der Heiler, wo er selbst nicht weiß, was passiert. Er weiß, durch Handauflegen geschehen ganz seltsame Dinge, Menschen werden wieder gesund und da hegt er Hoffnung. Wenn der Heiler sagt, du bekommst Hausaufgaben auf und machst das und das für dich zu Hause, dann tun das die Leute. Beim Arzt würden sie es nicht tun. Deswegen haben wir da natürlich auch ein Plus, weil die letzte Instanz ist. Nach dem Heiler gibt es meistens nichts mehr, außer vielleicht noch mal einen anderen Heiler. Also da kommen sozusagen auch sogenannte austherapierte Menschen zu euch. Ja, ja, hauptsächlich austherapierte. Weil man natürlich sagen muss, in vielen, vielen Fällen ist Schulmedizin genau das Richtige, aber in manchen anderen Fällen braucht es noch was anderes. Ja, ja. Und es geht halt um das Erkennen. Der Heiler hat zudem ja den Vorteil, er hat mehr Zeit wie der Arzt. Wir können anders arbeiten. Wir nehmen uns auch die Zeit, wir hören hin, was der Klient zu... Böse Frage, kostet der dann auch mehr Geld, weil er mehr Zeit hat? Der Heiler an sich? Ja, ja, sicher. Kostet natürlich auch Geld, also ich muss selbst bezahlen. Klar. Und auch das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass du den sagst, weil sowas hatte ich auch ein paar Mal schon, dass die Leute zum Heiler gegangen sind, also jetzt nicht nur zu mir, um wirklich auch Geld zu bezahlen, um dafür so Art, ich tue jetzt separat was für meine Gesundheit. Ja, wirklich so das im Hintergrund, jetzt habe ich was für mich getan, jetzt muss es doch helfen. Weniger dieser Aspekt, ich nehme was an, was mir der Heiler zu geben hat. Okay, also mehr das Gefühl, jetzt mache ich es eigenverantwortlich und dadurch hat es vielleicht auch mehr Chancen. Interessant. Wunderbar. Vielleicht noch ein Wort, Schulmedizin, Geistheilung, siehst du da eine Entwicklung? Ich meine, der Wunsch ist klar, dass da immer mehr Zusammenarbeit geschieht. Gibt es da große Widerstände? Wie erlebst du das so? Also ich persönlich erlebe weniger Widerstände, weil ich sehr, sehr offen auf die Medizin oder auf Mediziner direkt zugehe. Und so wie ich einen Klienten habe, der wirklich auch in medizinischer Behandlung ist, setze ich mich in der Regel immer mit dem Arzt oder mit dem behandelten Heilpraktiker in Verbindung und frage, wie wir unsere Arbeit angleichen können, wie wir das gemeinsam handeln können und habe es bis auf einmal, wo wirklich eine Ärztin mir die Tür vor der Nase zugeschmissen hat, im verbalen Sinn jetzt, nie erlebt, dass irgendein Arzt gesagt hätte, nee, interessiert mich nicht. Vielleicht zähneknirschend, aber oftmals doch so, dass, da bin ich jetzt schon neugierig. Wenn er mich schon anruft, da mag ich es auch sehen. Überraschender ist jedoch für mich, dass die Klienten oftmals eher mit weniger Gesundheit zufrieden sind, als wir sie wirklich erreichen können. Wie meinst du das? 80 Prozent meiner Klienten sind mit 80 Prozent ihrer Gesundheit zufrieden und mit den anderen 20 Prozent sind sie einverstanden, dass sie jetzt da noch ein bisschen Wehwehchen haben, weil sonst müssten sie zu viel tun und zu viel verändern in ihrem Leben. Aber ist es vielleicht auch eher so ein vernünftiges Denken, dass man sagt, also im Idealzustand weiß ich nicht, ob ich es hinkriege. So nach dem Motto. So denken viele. Ja, ich denke schon, sie merken, dass der Weg in die Gesundheit ein Weg der Wandlung ist. Es verändert sich was. Und verändern hat natürlich mit Tun zu tun. Und die wenigsten wollen halt dann auch zu viel machen. Also bis zu einem gewissen Grad schon. Aber wenn die Veränderungen dann noch mühseliger sind, noch mehr vielleicht die Ernährung umstellen oder noch mehr Bewegung oder noch mehr bewusstes Denken, dann bin ich doch mit diesem bisschen Zipperlein einverstanden. Vielleicht auch verständlich, aber möglich ist mehr. Na, ich sehe schon, es geht ja auch um die Gesundheit der Seele, um zu ermutigen. Richtig. Das wird auch noch vernachlässigt in vielen Bereichen. Tom, ich danke dir. War sehr spannend. Sehr gerne, Thomas. Ihnen wünsche ich Gesundheit und Heilung und alles, was Sie sich wünschen. Bis zum nächsten Mal bei Mystica TV. Bis zum nächsten Mal.